doch sieht es jetzt sagt nicht dass ich da nicht hochkomme ich kann doch bestimmt hier rein oder gott kann ich hier drauf und da drüber schön so ok dann probieren wir das einfach mal ich gehe mal hier lang ich weiß gar nicht ob das richtig ist schauen wir mal mehr als falsch sein kann es ja nicht hier feuerwecks körper sieht doch gut aus wie ich zu sagen pflege wunderbärchen moment ich will erst mal gucken was da oben gibt vielleicht hey salter das sieht gut aus einmal eine schöne waffe noch mal eine schöne waffe was ist das bei der macht von greyskull schön ok nehmen wir mal alles mit iridium nein können wir kaputt machen erfasst was ist das nichts wichtiges so würde der uns jetzt attackieren wenn wir das da machen was ich vorhab nö sehr schön na komm ich mach gar nichts ist kein problem ich guck nur noch mal ob die kisten auch wirklich zu sind warte ich guck noch mal kurz ja hier warte moment da jetzt wo das dynamit klar ist geht dahin wo die hoedangs ihr feuerwerk aufgebaut haben das wird ein großartiges schauspiel der zerstörung meinst du ist das weit nö ist es nicht gut dass wir keinen falsch hat passieren sieht ja irgendwie noch nach nichts aus finde ich cool ach verfickt ich bin falsch gelaufen naja geil gucken wir noch mal vielleicht 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 komme ich ja dann noch mal hoch müsste eigentlich eigentlich gucken wir mal ach komm hoch mit dir äh wunderb komm her da kann ich das ist so witzig ich kann da gar nicht lang so nichts zum nachladen äh ha wir gehen mal zu dem typen zurück vielleicht hat er uns ja ganz lieb und gibt uns irgendwas witziges zu spielen keine ahnung wir schauen einfach mal komm hoch mit dir darüber zack ach was ich euch noch sagen wollte ich habe letztens mit dem microsoft support gesproken weil ich ein kleines problem hatte und ich habe hilfe bekommen und das sogar an dem sonntag und das über eine kostenlose nummer moment 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 und ich zünde das feuerwerk so kaboosh und die ladies alle so yeah das ist einfach so geil außer das eine mal da habe ich zwei katzen zusammengebunden und als springseil benutzt alles voller blut und fell du sollst ja auch drüber springen und nicht drauf springen du idiot bei mir klappt das immer ich weiß nicht was du falsch machst aber ich will den gar nicht kaputt machen na egal kurze story nochmal zum microsoft support also wenn ihr eine frage habt oder ein dringendes problem ruft bei der kostenlosen 0800er nummer an ohne scheiß die sind super freundlich die sind super nett und super hilfsbereit also wenn ihr da irgendwelche fragen oder probleme habt die helfen euch sofort und sogar an einem sonntag ich habe an dem sonntag angerufen ich habe hilfe gekriegt absolut geil so aber wir machen das jetzt einfach mal so wie mit keine ahnung mit ungeziefer und legen den mal um tschuldigung das ist kein problem du sagst mir bestimmt bescheid das wird witzig oh mein gott wie cool oh mein gott wie super und jetzt wann löse die sprengköperexplosion aus ach so ich soll die genau die autos sind fast beim feuerwerk jetzt wird's richtig heiß haben wir gleich haben wir gleich der kommt bestimmt zurück mit sicherheit kommt der zurück komm her alter komm her oi oi den hat's erwischt ja ich hätte ja wäre ja gerne nochmal höher gehübt aber ging halt nett ne komm her ja hi 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 zu elli warum soll ich denn zu elli ach machen wir ist kein ding null problemo null problemo wo ist denn ach da unten ich find das ja irgendwie witzig dass wir keinen falschschaden kassieren und da wollte ich gar nicht rein hier wollte ich rein genau da rein ne ich muss komm also bitte ja komm Mensch wow hey na wo ist denn der rest da bist du so und du und tschüss schade schade dass er nicht so cool rausspringt wie bei farcry das wäre das wäre ultra wenn er sich so abrollen würde so dicke was los die zaffhauts haben zugeschlagen jetzt ist es an den hauduchs zurückzuschlagen super bin ich jetzt spring ich jetzt von a nach b und boah ist die korpulent nach dieser bluternte zwischen den beiden familien bist du der last man standing mit einer handvoll dollar jo jimbo ok will ich aber gar nicht ich mag die anderen jetzt mal ehrlich egal wir verkaufen mal den ganzen schrempel den schmutzigen krempel wollte ich sagen also damit das klar ist ja die meisten meiner wahren wurden toten abenteurern aus den händen gerissen macht ja nix mach ich ja eigentlich auch so äh fort damit die bleibt erst nochmal die bleibt ach hocheffektiv gegen panzerung hocheffektiv gegen fleisch haben wir irgendwas gegen fleisch sniper gell jo perfekt dann kann die ja weg äh sowieso weg äh fuck it fuck it weg 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 erhöhte erfahrung durch das töten von feinden könnte ich eigentlich mal benutzen glaube ich ich müsste mal ein bisschen höher steigen verbessert die action skill nein erhöhte alle schäden die von einer bestimmten chance hat what the fuck weg skin skin schild nein nein weg so also guck mal das ist eine gesleckte waffe gesleckte gegner leiden mehr dingsbums hier war doch eben noch eine ah ja erscheint eine weg so was haben wir denn noch na 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 hoch effektiv gegen die ist eigentlich cool die möchte ich behalten was ist das hier schau ne die bleibt die ist eigentlich scheiße die waffe hier die ist Mist ich guck mal ganz kurz vielleicht kann ich die mal auswechseln weil die die nervt mich die waffe hier komm geh weg wir nehmen dafür was nehmen wir denn mal ich kann nicht alles auf Pistole machen jetzt mal ehrlich geht nicht komm ich nehme mal Sniper vielleicht können wir da ein bisschen Snipern wir haben hier drei Pistolen ohne Scheiß unglaublich so wo ist der Rucksack ich würde gerne ein bisschen äh hier nicht klatschen darf ich jetzt Rucksack hier ist er komm ich würde gerne mal bam und noch mal bam was ist das denn erhöht Erfahrung durch vergleichen das ist jetzt scheiße ach scheiße auf die Beute so das ist das kann ich halt auch noch gebrauchen ne so gut wir sind ausgerüstet müssen wir jetzt weit für diese Quest ja ne schon ein bisschen ne da komm äh ja so ein bisschen hab ich jetzt eigentlich gar keinen Bock hinzufahren hinzulaufen wo ist denn das schnelle wo ist denn das schnelle Catch a Ride ne ah wie heißt es mir fällt es gerade nicht ein da ich bin noch hier das heißt irgend ah ich steh genau da vor ha wie heißt so was ist das denn Töte die Land besitzen och jo och jo das machen wir doch gerade dann gehen wir nämlich nach Sanctuary und äh verdammt ich dachte da wäre das einfach egal das steht schon wieder runter wollen wenn jetzt einer lacht von euch ehrlich ehrlich okay ähm töte es bei der Ants Thrasher hab ich schon ach quatsch bin ich ja gar nicht hier da wollte ich hin töte Land besetzer Sanctuary und finde den fucking safe das ist übrigens ne Nebenquest ich wollte auch auf die Karte Mensch aha ach da hinten muss ich noch weiter ach so dann machen wir das doch würde ich sagen aber ich brauche dafür erstmal ein Fahrzeug na komm gucken wir mal ja das sieht gut aus zwar ein bisschen pink macht aber nix schön ich weiß nicht aber so ein äh Skin also jetzt mal ehrlich hier so ein Skin vom Fahrzeug das ist wohl das unnötigste das wo gibt also braucht man doch nicht ehrlich oder oder vertue ich mich da zumal das Fahrzeug weg ist was gibt es denn hier als Update nichts kann ich mich vielleicht eigentlich ein bisschen aufleveln nö ist das ah ja okay wie weit seid ihr eigentlich bei Borderlands das will ich gerne mal wissen weil ich krebs ja hier auf dem 20. Level rum und vielleicht seid ihr ja ein bisschen weiter würde mich nicht wundern weil ich bin wirklich schlecht komm her alter ja hier 20 komm her komm was ist denn mit dem hey okay okay iridium ach natürlich gesleckt Gegner ach ich mag die Stille die ist super komm nimm auf wer meckert denn hier rum wer kack du Idiot alles geils gehören mir huch warte mal ab warte mal gleich lass mich die erstmal lass mich oh glaub nicht lass mich die erstmal äh hier waffe und so danke die Waffe ist echt super ach ich verstehe nicht wieso ich nur einen Erfahrungspunkt bekomme einen geht doch ja nicht gut nicht gut der Schuss war gut aber dass er rasend ist ist nicht gut na dann in den Schritt in den Schritt ich sag mal wie viele kommen denn da jetzt mal ehrlich ich würde ich verschwinde ein Skin ne aber ein Granatenmob was zu sagen hier das gibt's aber nicht Hilfe na wenigstens ein bisschen Muni komm her als 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 her damit als her damit wo sind sie denn jetzt da unten ist einer der ist weg da müsste doch noch einer irgendwo sein ja doch oh Gott wie süß ein Zwerg ohne Kopf so was ist denn da hinten los du bist ärger oder da ist noch einer komm her komm her danke wow jetzt hab ich aber jetzt hab ich aber gedacht ich fall irgendwo hin ne wo sind denn die restlichen Gegner ah guck mal Waffe oh hier Superwaffen bestimmt nicht scheiße egal kann man alles alles verkaufen ich brauche ja Geld wenn ich sterbe und ich sterbe hier ja ganz schön oft natürlich absichtlich wie immer wo muss ich denn jetzt hin wo sind die denn ha irgendwas also ich muss auf jeden Fall runter ne egal probieren wir das mal G-Rani Mode als zweiter runter aber und zum Teufel wo muss ich denn hin das war ja really okay ich hab keine Ahnung aber ich muss noch weiter runter anscheinend auf jeden Fall ist hier schon mal ne 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 Dings da ne Mist ah scheiße fuck so wo muss ich denn jetzt hin was bringt das jetzt ah gucke mal warum kompliziert wenn es auch einfach geht ah ja okay what the fuck so hi hi hahaha und tschüss so die 25 haben wir auf jeden Fall schon mal ein Psychozwerg Psychozwerg Tatsache Was ist er denn? Da. Oh. Danke. Ich hab ja mal von diesem Gore-Patch erzählt, von dem ich eigentlich dachte, dass er kommt, aber bisher hab ich noch nichts gehört. Also ich dachte eigentlich auch, dass das Spiel ein bisschen brutaler wird, aber Fehlanzeige? Ah, ja.